hallo du hallo annabelle hallo meine süßen so ja heute ist der zweite angeltag wir haben gestern nicht geangelt weil wir keine köder hatten heute laufen wir dann mal hin und uns köder zu besorgen würde ich sagen aber vorher will ich hier noch mal ganz kurz gucken ob wir den weitenkorb ja könnten wir fertig stellen können können wir nämlich schon die daily von gestern abgeben was wir haben das haben wir schließlich genau so jetzt müsste ich noch in einer stunde fängt das an und schnell nach hinten hier gab es doch irgendwie köder oder ich weiß es leider nicht mehr aber es ist eh so weit weg da so mama 33 draus und dann können wir der oma auch noch mal guten tag sagen wir haben immer so viel zu tun oma bleib mal ein geschenk danke ja wir sehen sie halt viel zu selten und dann gucken wir noch mal ganz kurz das ist wieder da das ist wirklich weit weit weg was haben die leute sich dabei gedacht wir kommen ja auch nicht rüber geschwommen so ich gehe erst mal abgeben und dann gehe ich mir eine neue quest für euch hier irgendwas ja das ging wirklich schnell finde ich so hier warum immer vier fehler ich will keine vier fehler das ist zu viele fehler die ich finden muss sie werden auch mal leichter fehler verstehen seht ihr da veränderung seht ihr da veränderung habt ihr viel viel früher gesehen glaub ich euch nicht müsst ihr in die kommentare schreiben das sieht irgendwie falsch aus das ist ja auch so ich frage mich ob wir da einfach weg bleiben sollen angeln ist eh nicht so meins das ist halt auch so weit weg ich versuche heute mal von dort aus hin zu rennen guck mal die hose die ich trage die ist richtig gute marke aber mir ist aufgefallen vor der cam kann man ein bisschen durchgucken im realen nicht ja komisch oder wahrscheinlich kommen wir noch nicht mal mehr pünktlich an weil wir so viel zeit verdrödelt haben dann können wir direkt umdrehen oh ich brauche ein pferd für das aber wir vergrößern jetzt erstmal unser haus und dann werde ich mal weiter sehen unser grundstück wird erst vergrößert würde ich sagen dass wir so richtig viel platz haben dann mache ich das so dass unser haus vergrößert wird und dann bauen wir uns die einzelnen sachen alle auf auch so richtige felder und so zum arbeiten aber erstmal möchte ich ganz ganz viel cool haben und ganz ganz viel platz auf mein grundstück zu haben das ist doch immer noch dort oder also ja 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 gar kein fehler hier ein apfel wir probieren einfach nur ah oh muss man mehr darauf achten die sind aber alle gleich aus was soll das heißen nimm es an ja du von dir will ich jetzt nicht ja ja sind wir offiziell sagst nicht deinen brüdern sagst nicht deinen brüdern ja sagst nicht deinen brüdern ah also was ist los ich wünschte oh gott hier ist ein apfel ja ein festen freund denkt ihr remington tut mich wieder ein bisschen so denk ich denk ich wegen verarschen wir geben ihn einfach mal ja oh ja guck mal mit wieviel leuten wir heute zusammen die ganze ah okay ja 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 alles klar ich habe genau verstanden was ich hier gemacht habe so so jetzt aber wir haben ein angel ding wir haben andere dinge die man dafür braucht ja da ich habe vergessen ah okay ah guck mal ja ich weiß oh man die sind einfach so groß gut hier wir sind eigentlich nicht so gut im angeln warte mal das war doch so ich glaube die sind wirklich zu gut ja wir geben auf dankeschön angeln ist echt nicht so unser dann gehen sie alle wieder nach hause aber wir haben viel erreicht heute ich gucke mir auch gleich mal meine beziehungsbalken an ich meine einer hat uns eine absage gegeben aber das muss nicht heißen weil ich frage ihn morgen einfach nochmal so wen müssen wir denn noch von uns überzeugen phyllis merlin todig können wir momentan nicht eidet warte mal oh 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 das sind nur noch die drei das müssten wir da hinkriegen nur todig da der ist halt momentan eingesperrt wir können halt nix machen mit ihm das ist halt auch so ein langer weg dahin und wahrscheinlich kriegen wir das wieder nicht hin dass wir bis 18 uhr in dem museum antanzen dabei wollte ich die ganzen sachen abgeben und wahrscheinlich das wird es noch schaffen aber ich gehe direkt mal hin mal sehen 15 minuten könnte gerade so hinhauen komisch dass er eingesperrt ist und uns trotzdem fährt guck mal 18 uhr genau wow genau dann wenn es zu macht ha wow so mal sehen das 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 haben so viele sachen die wir hier rein stellen können guck mal ob ich 8 ein kleiner gegenstand das der ist aber so süß oh der ist so schnucki soll das so ein ganz kleiner oh der ist aber nicht grad das wird ihnen nicht gerecht okay das wird ein großer sein oder 6 so was können wir dann noch aufstellen das 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 ich denke eine dose denn hier ist noch irgendwas ich weiß noch nicht wo ich das hinstellen soll hier ist ja alles schon theoretisch irgendwie alles voll irgendwie alles voll da können wir es hinstellen sehr schön haben wir das auch mal sehen wie viele kann das hier bunter hut sieht nicht so doll aus verstehe ich jetzt und wo habe ich denn das andere hin da aber immerhin was wir haben das haben wir 20 uhr ist auch schon wieder so spät der tag vergeht und wir machen gar nichts gefühlt trotzdem haben wir aber viel erreicht phyllis merlin und ja die können wir heute eh nicht nochmal sprechen mission die perfekte falle wir müssen das noch machen gucken mal ob wir oh guck mal merlin ja ja gerne guck mal und da ist sie oh wie praktisch nein ich wollte mich nicht hinsetzen hey hey das ist großartig sagst du das war das mit dem angeltag wir müssen noch drei leute überzeugen dann sind wir mit der kompletten stadt zusammen wann wird denn toddy wieder raus gelassen so langsam reicht es doch mit seiner bestrafung so stahlgehäuse wir müssen mal gucken was wir davon noch brauchen stahlrahmen stahlrahmen oh man immer noch das müdige leidige thema holzkohle ja ich brauche so viel holzkohle ja kein holz mehr da war doch eine ablöse hier konnten doch irgendwie holz herstellen aber wo aber wo guck mal holz da und da und das war doch so das war ja ja da da und auch nicht. Wir müssen mal gucken. Was brauchen wir denn? Hartes Aluminium. Tobas, zwei Stück. Tobas, zwei Stück. Hartes Aluminium. So. Denn die Stahlhülle und die Porzellanteller, die gibt es in der im Café. Holen wir uns denn morgen? Die Teller müssen wir uns morgen holen. Und ja. War's für heute. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, meine Schatzis. Bis morgen denn.